Digital und Binnen differenziert – das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht Herzlich willkommen im Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Kommunikation. Hey! Dieses Aufbaumodul setzt sich aus zwei Lernvideos zusammen. Im ersten Lernvideo erhielten Sie eine Einführung in den Kompetenzbereich Kommunikation. Im zweiten Lernvideo geht es darum, wie Sie auf der Grundlage des IKP Rahmenkonzepts und im Kontext eines sprachsensiblen Fachunterrichts Kommunikationsprozesse in Ihrem Unterricht anregen und gestufte Lernhilfen in einen digitalen und binnendifferenzierten Unterricht integrieren können. Professorin Neumann wird uns nun das IKP Rahmenmodell näher erläutern. Hier sehen Sie das IKP Rahmenkonzept. Zuerst betrachten wir den interaktiven Ansatz, der ein vertieftes Verständnis und die Verknüpfung neuer Informationen mit vorhandenem Wissen fördert. Eine effektive Methode besteht darin, dass die Lernenden gemeinsam an komplexen Aufgaben arbeiten, um neue Lerninhalte anzuwenden und zu diskutieren. Indem sie auf die Gedanken anderer eingehen und darauf reagieren, entstehen neue Ideen, die das eigene Verständnis stärken. Beispiele dafür sind die gemeinsame Erstellung eines E-Books, die Vorbereitung eines Kurzvortrags oder die Aufnahme eines Erklärvideos. Beim konstruktiven Ansatz steht die aktive und kreative Beteiligung im Vordergrund. Hier geht es darum, sich neues Wissen durch eigene Visualisierungen und Verknüpfungen anzueignen. Lernende können selbst Quizfragen erstellen, einen Podcast aufnehmen oder eine Mindmap oder interaktive Grafik erstellen. Aktive Lernmethoden erfordern sichtbare Aktivitäten. Die Lernenden bearbeiten einfache oder geschlossene Aufgaben, geben Inhalte wieder oder entscheiden aufgrund ihres Vorwissens, welche Informationen relevant sind und wie sie strukturiert werden sollen. Beispiele sind Notizen beim Ansehen eines Films, Markierungen oder Anmerkungen in einer PDF-Datei, die Beantwortung eines Lückentextes oder die Bearbeitung eines Quiz. Beim passiven Lernen bekommen die Lernenden neue Lerninhalte präsentiert und bleiben äußerlich passiv. Die Informationen werden je nach Vorwissen mehr oder weniger stark verknüpft oder isoliert im Langzeitgedächtnis gespeichert. Beispiele sind das Hören eines Vortrags, das Ansehen eines Erklärvideos, das Hören eines Podcasts oder das Lesen eines Textes, jeweils ohne zusätzliche Aufgabenstellung. Freuen Sie sich nun auf Herrn Mayers Präsentation einer digitalen und binnendifferenzierten Unterrichtseinheit, die verschiedene Aspekte dieses Rahmenkonzepts abdeckt. Hallo zusammen. Ich zeige Ihnen ein tolles Materialpaket der zentralen Planungsgruppe Biologie aus dem Jahr 2018, das ich für meinen digital gestützten Biologieunterricht zum Themengebiet Genetik angepasst habe. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen gerne verschiedene Methoden und Werkzeuge für den Unterricht vorstellen. Die einzelnen Einheiten berücksichtigen sowohl die Niveaustufen als auch die besonderen Anforderungen des sprachsensiblen Fachunterrichts. Gerade die Genetik erfordert ein Fachvokabular, das sich stark von der Alltagssprache unterscheidet. Das Materialpaket wurde auf Grundlage des gymnasialen Bildungsplans 2016 des Bundeslandes Baden-Württemberg mit insgesamt zehn inhaltsbezogenen Kompetenzen entwickelt, zu denen jeweils ein Unterrichtsgang angeboten wird. Der Bildungsplan wurde seither überarbeitet, daher möchte ich mich heute nur auf fünf dieser inhaltsbezogenen Kompetenzen konzentrieren, die weiterhin aktuell sind, und Ihnen anhand der Materialien verschiedene Methoden und deren digitale Anwendung mit den genannten Programmen als Möglichkeit auch für Ihren Unterricht präsentieren. Wenn Sie zum Themengebiet Genetik ein digitales Glossar zum Nachschlagen erstellen möchten, können Sie dafür einfach die Lernmanagement-Plattform Moodle verwenden. Über den Bearbeitungsmodus können Sie eine neue Aktivität in Form eines Glossars anlegen und die einzelnen Begriffe und Definitionen ergänzen. Wie Sie hier sehen, habe ich auch Alternativbegriffe hinzugefügt, es können Bilder eingefügt werden, und es ist auch möglich, die Informationen mit einem Link zu einem ausführlicheren Infotext zu versehen. Wenn Sie lieber mit interaktiven Oberflächen arbeiten möchten, die Sie ebenfalls in Ihren Moodle-Kurs einpflegen können, eignen sich Plattformen wie Genially. Hier können Sie beispielsweise ein interaktives Glossar mit Verlinkungen und interaktiven Elementen wie Quizfragen erstellen. Die Plattform bietet auch viele kostenfreie Vorlagen, beispielsweise zu interaktiven Informationsgrafiken und Lernspielen. Für die Unterrichtseinheit zur Mitose und Zellteilung habe ich, auf Grundlage des Materialpakets, eine Aufgabenstellung entworfen, in der die SchülerInnen mit Hilfe von Simpleshow ein Erklärvideo zu den Vorgängen der Mitose erstellen sollten. Hierbei hatten sie die Wahl, entweder eine von der KI generierte Geschichte zu überarbeiten oder selbst den Text zu verfassen. In beiden Fällen musste die Geschichte im zweiten Schritt illustriert werden, und die Videos konnten am Ende als MP4-Datei heruntergeladen werden. Aber was ist Simpleshow genau? Simpleshow Video Maker ist für Bildungseinrichtungen kostenlos verfügbar und stellt eine kollaborative Klassenraumlösung dar, in der bis zu 50 SchülerInnen gemeinsam an Videoprojekten arbeiten und dabei die volle Vielfalt aller Gestaltungsfunktionen des Tools nutzen können. Sie müssen nur einen Zugang beantragen und Ihre SchülerInnen einladen. So können Sie mit Ihrer Klasse in wenigen Minuten anschauliche Erklärvideos erstellen und diese in einem einfachen Prozess individualisieren. Bei dieser Vorgehensweise können die SchülerInnen also sehr eigenständig und kreativ arbeiten und sich bei der ersten Variante auch gezielt mit KI-generierten Texten auseinandersetzen und diese auf inhaltliche Genauigkeit prüfen. Das Programm bietet neben einer Auswahl an Schwarz-Weiß-Illustrationen auch die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen, sodass die Ergebnisse sehr individuell gestaltet werden können. Sehen Sie hier einen kurzen Ausschnitt. Mitose Die Aufgabe der SchülerInnen ist es, ein Erklärvideo zum Ablauf der Mitose und Zellteilung zu erstellen. Dafür nutzen Sie Simple Show. Dieser Film handelt von der Kernteilung der Mitose. Die Mitose geht einer Zellteilung voraus. Vor der Zellteilung, in der Interphase, steuert der Zellkern den Stoffwechsel. Man erkennt eine körnige Substanz namens Chromaten. In der zweiten Unterrichtseinheit wurde das Thema Eigenschaften der DNA in Form von Arbeitsblättern behandelt. Während der Erarbeitungsphase 1 wird weitgehend auf Fachbegriffe und fachspezifische Redemittel verzichtet, der Erkenntnisprozess erfolgt hier selbst gesteuert. Für die Gestaltung der Austauschphase nach dem individuellen Einstieg wird die Methode des Lerntempo-Duetts vorgeschlagen. Beim Lerntempo-Duetts werden Paare von SchülerInnen gebildet, die im gleichen Tempo arbeiten. Und dieser Prozess kann natürlich durch eine sehr einfache digitale Anwendung unterstützt werden. Für die Einbettung der Lernhilfen in den Arbeitsblättern der Spezialisierung habe ich einfach QR-Codes mit Hilfe eines kostenlosen QR-Generators erstellt. Schauen Sie sich diese gerne einmal beispielhaft an. Die Plattform ONCO bietet verschiedene Werkzeuge an, um kooperatives Lernen interaktiv und digital umzusetzen. Als Lehrkraft wählen Sie die Methode Lerntempo-Duetts und bieten Ihren SchülerInnen den Zugang in Form eines QR-Codes an. Sie scannen den Code, tragen Ihren Namen ein und bestätigen, wenn Sie mit dem ersten Arbeitsblatt fertig sind. Die nächste Person, die das Arbeitsblatt beendet, wird automatisch zugewiesen. Sie können diesen Prozess in der Lehransicht mitverfolgen und sehen, welche Ihrer SchülerInnen sich noch in Einzelarbeit befinden und gegebenenfalls Unterstützung benötigen. In der fünften Unterrichtseinheit geht es um die Geschlechtsbestimmung beim Menschen, die mit Hilfe von Begriffsnetzen erklärt werden soll. Bei Variante 1 legen die SchülerInnen die Begriffsnetze ohne Vorgaben der Struktur an und formulieren passende Bezüge zwischen den Begriffen. Variante 2 ist eine Erweiterung über Zusatzkarten. Die Varianten 3 und 4 bieten lernstrategische Hilfen. In Variante 3 sind die Begriffe vorgegeben, in Variante 4 die Beschriftungen und zusätzlich die Begriffe in einer Auswahlliste. Für die Umsetzung der Unterrichtseinheit habe ich das Programm C-Maps verwendet. Die Erstellung kann durch Herunterladen der Anwendung auf den PC oder das iPad sowie im Webbrowser erfolgen. Es ist auch möglich, die eigenen C-Maps mit anderen C-Maps zu verknüpfen oder Ressourcen wie Links zu Websites und Bilder zu hinterlegen. Fehler können leicht korrigiert und das Begriffsnetz jederzeit erweitert werden. Dieses Programm eignet sich gut für das eigenständige Arbeiten der SchülerInnen, wie in Variante 1 und 2. Falls Sie lernstrategische Vorlagen bereitstellen möchten, empfehle ich Ihnen die Verwendung von Miro oder Concept Boards. In den kostenfreien Varianten können nur eine begrenzte Anzahl an Boards erstellt werden, aber für die kollaborative Arbeit Ihrer Klasse genügt ein Board. Ein zusätzlicher Vorteil hierbei ist, dass Ihre SchülerInnen nebeneinander oder auch gemeinsam arbeiten können und die Vorlagen nach Bedarf nutzen können. Bei der sechsten Unterrichtseinheit soll der Unterschied zwischen Genotyp und Phänotyp anhand der Erstellung eines Kreuzworträtsels gelernt werden. Die Varianten ermöglichen hier einmal die völlig freie Gestaltung und Auswahl der Suchwörter durch Ihre SchülerInnen oder Sie geben die Suchwörter vor. Das Erstellen und Lösen von Kreuzworträtseln zu bestimmten Themen bietet die Möglichkeit, Fachbegriffe zu üben, anzuwenden und zu vertiefen. Sowohl beim Erstellen als auch beim Lösen des Kreuzworträtsels können eventuell vorhandene Fehlvorstellungen aufgedeckt und korrigiert werden. Anstelle der Verwendung von X-Words habe ich mir überlegt, meinen SchülerInnen für die Erstellung des Kreuzworträtsels die Anwendung Learning-Apps vorzustellen, die mehr Möglichkeiten an interaktiven Übungsaufgaben und damit Wahlfreiheit bietet. Die kostenlose Plattform Learning-Apps.org ermöglicht es LehrerInnen, aber auch SchülerInnen mit wenig Aufwand multimediale Übungsbausteine in ansprechender Form online zu erstellen und zu verwalten. Es stehen eine Reihe von Vorlagen zur Verfügung. Die Bausteine sind zum Üben und Vertiefen gedacht und eignen sich nicht zur Erklärung komplexer Sachverhalte. Es ist jedoch möglich, die Übungen mit Hilfestellungen und Tipps zur Bearbeitung zu versehen. Die über Learning-Apps.org erstellten Lernbausteine können veröffentlicht und von anderen Benutzern an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die zehnte Unterrichtseinheit zur Gentechnik beinhaltet die Methode Thesentopf. Die sprachliche Auseinandersetzung mit den gelernten Inhalten ist dabei sehr hoch, da in der Diskussion auf die Antworten und Aussagen des Gegenübers angemessen reagiert werden muss. Die kognitive Aktivierung der SchülerInnen findet bereits im Vorfeld statt, indem diese ausgehend vom Unterrichtsinhalt verschiedene Quellen nutzen, um sich zu informieren und begründete Pro- und Kontraargumente zu sammeln. Hierfür können die aufgeführten Beispielargumente genutzt werden, um gezielt nach Begründungen zu suchen. Durch die Vorgabe möglicher Argumente und Formulierungshilfen bietet das Material auch in heterogenen Lerngruppen vielen SchülerInnen die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen und auch eigene Ansichten und Meinungen einzubringen. Für die digitale Umsetzung des Thesentopfes eignet sich wieder die Lernmanagementplattform Moodle mit Hilfe der H5P-Aktivitäten, Akkordeon oder interaktives Buch, die Sie noch aus dem Basismodul kennen sollten. Hierbei können Sie die Thesen für Ihre SchülerInnen vorgeben und mögliche Argumente oder Formulierungshilfen als aufklappbare oder auf späteren Seiten nachfolgende Hilfestellungen anbieten. Erweitern Sie die Hilfestellungen durch lernstrategische Vorschläge zur Internetrecherche. Die digitale Anwendung ermöglicht es Ihren SchülerInnen, ganz eigenständig zu entscheiden, ob Sie sich die Argumentationsvorschläge und Formulierungshilfen anschauen möchten oder direkt nach eigenen Argumenten recherchieren. Wenn Sie die Diskussion Ihrer SchülerInnen digital führen und dokumentieren möchten, nutzen Sie dafür die hervorragend geeignete kostenfreie Plattform, Kialo. Einen detaillierten Einblick in die Nutzung dieser digitalen Anwendung erhalten Sie im nächsten Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Bewertung. Ich hoffe, Sie fühlen sich nun dazu inspiriert, Ihre eigenen digitalen und binnendifferenzierten Unterrichtseinheiten zu erstellen und mit Ihren SchülerInnen zu testen. Genau. Ich kann es jetzt kaum erwarten, die vorgestellten digitalen Anwendungen selbst auszuprobieren und in meinen zukünftigen Unterricht zu integrieren. Möchten Sie nun selbst aktiv sein? Besuchen Sie dafür gerne die Online-Workshops und Sprechstunden oder kontaktieren Sie die KurserstellerInnen, falls Sie Unterstützung wünschen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Ergebnisse mit uns teilen.